Marvels Phase 4 hatte viele Highs und Lows und She-Hulk, aber eines hat Marvel richtig gemacht. Die Einführung von Specials, zum einen haben wir zu Halloween das grandiose Werewolf by Night bekommen und jetzt haben wir ein Weihnachtsspecial mit den Guardians of the Galaxy bekommen. Dabei ist nicht nur besonders hervorzuheben, dass es James Gunn's vorletztes Marvel-Projekt ist, da er mit dem Erscheinen von Guardians 3 dann endgültig zu DC wechselt. Nein, das Grundkonzept ist quasi ein Meme. Denn wir folgen Drax und Mantis, die sich als Ziel gesetzt haben, Peter ein Weihnachtsfest zu bescheren, da sie glauben, dass er seitdem er entführt wurde, also damals, vor Guardians 1 noch als Kind, kein richtiges Fest mehr hatte. Und weil Gamora ja auch schon seit längerem verstorben ist, beziehungsweise die 2014er Gamora noch irgendwie rumläuft, aber weg ist und niemand weiß, wo sie ist und es ist ja auch irgendwie noch eine ganz andere Figur ohne Charakter-Ark, ist ja auch ein bisschen traurig. Naja, und die beiden machen sich nun auf die Suche nach dem legendären Kevin Bacon. Äh, also nicht den, sondern den. Genau. Und dabei erleben sie super viel Quatsch, wie man es sich halt nun einmal bei den Figuren vorstellen würde. Und es funktioniert. Drax hat ja sowieso diesen komischen Humor, weil er nicht viel versteht so und selbst einen sehr makaberen Humor hat, sagen wir es mal so. Zudem wird Mantis auch endlich mal ein bisschen mehr beleuchtet. Denn die Guardians sind eine von den wenigen Figuren im MCU, die mir aktuell noch wirklich wichtig sind. Und daher ist es cool, ein bisschen mehr von ihr zu sehen. Also es ist super lustig an vielen Stellen, aber auch sehr sentimental. Denn die Moral der Story ist, wohl das Wichtigste an Weihnachten sind zum einen natürlich die Menschen und dass man denen eine Freude machen kann. Und dabei muss es nicht unbedingt was Materielles sein. Aber es kann noch etwas Materielles sein. Oder auch einfach Musik. Oder halt auch, wie es halt oft so ist in Weihnachtsgeschichten, die Menschen und die Familie um einen herum sind das Wichtigste. Für jeden ist es halt ein bisschen was anderes. Natürlich klischeehaft, aber dennoch sehr schön. Vor allem am Ende. Das Special ist auch, wie schon das Werewolf by Night Special, etwas eigenes. Es gibt zwar hier und da ein paar Referenzen, wie zum Beispiel den super guten Witz, der sich auf Infinity War bezieht. Aber das Special bereitet. Es bereitet nicht das nächste Projekt vor. Es ist nicht ein weiteres Produkt auf den Content-Maschinen-Fliesbändern des MCUs. Nein, es ist ein eigenes Projekt mit sehr viel Herz. Und so ein Geschenk nehme ich sehr, sehr gerne von Marvel an. Und so ein Geschenk. Und so ein Geschenk. Und so ein Geschenk. Und so ein Geschenk. Es ist das Schlager.